Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, mehr Male von Kil'jaeden. Die könnt ihr direkt abgeben, wenn ihr 10 Male von Kil'jaeden im Inventar habt, bei Addient der Lichtrichter. In Shadrath, an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Diese Male von Kil'jaeden können droppen von Mobs, die zum Schattenrad angehören. Diese befinden sich unter anderem in diesem Gebiet. Und ich glaube in diesem Gebiet nennt sich das Schattengrab oder so. Wenn ihr auf YouTube nach Male von Kil'jaeden sucht und plus Eizocke, dann findet ihr das Video von mir, von dieser Quest. Da sieht man es genauer. In Nagrant ist auch ein Gebiet, ich glaube ungefähr hier. Und das gilt jetzt nur während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Ich zeige euch wie viel Ansehen das gibt, wenn man es abgibt. Könnte sein, dass es in BC Classic genauso ist. Da bin ich mir aber nicht sicher. So, eine kurze Unterwechung, damit man nicht durcheinander kommt. Man bekommt bei den Aldor 250 Ruf und bei den Sehern wird 375 abgezogen. Ich hoffe mein Video konnte euch ein bisschen helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. It´s okay, Ende.